Die Interessenvertretung. Was macht die Interessenvertretung überhaupt? Wir vertreten die Bewohner oder die Menschen, die bei Leben mit Behinderung in Wohnung wohnen und Unterstützung erhalten. Wir nehmen uns Zeit für die Bewohner. Die Interessenvertretung hat immer ein offenes Ohr. Wir kümmern uns um die Anliegen von Bewohnern und Klienten. Wir sind bei der Durchführung von Festen beteiligt. Wir sind eine Brücke zwischen Geschäftsführung und Klienten und Bewohner. Wir kämpfen gegen Ungerechtigkeiten. Was heißt Ungerechtigkeit? Du hast hier nichts zu sagen. Jede Meinung ist wichtig. Du bekommst weniger Geld. Gute Bezahlung für alle. Du kommst hier nicht rein. Alle dürfen dabei sein. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung überall in der Gesellschaft teilhaben können. Wir wollen uns einsetzen. Wir machen uns stark. Wir brauchen deine Unterstützung. Sei mit dabei. Also lass dich aufstellen für die Interessenvertretung. Er wird es r halbieren, die Mein Güter und Änten strike hat. Vielen Dank.